Trinkt und esst gut. Wir fahren heute früh los. Geht ihr da schon mal rüber und packt die Koffer? Also was wir alles für einen Urlaub brauchen? Ja, wir brauchen alles Anna. Komm! Mama, dürfen wir das mitnehmen? Guck mal, ob es reinpasst. Wir dürfen Teddy und Puppi doch nicht vergessen. Ja, stimmt. Komm, wir bringen das zum Auto. So, die Decke können wir auch gebrauchen. Rein in den Koffer. Ach, endlich geschafft. Es ist hier voll schön. Und wie. Wollen wir dann schon losfahren? Ja. Das ist so cool. Oh, oh. Ist das hier schön. Oh, ich bin noch voll müde. Ich leg mich hin. Ich auch. Oh, wie angenehm. Achtung, Kinder. Hä? Sie schlafen. Ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan. Puh, wir sind da. Ich hole mal. Ich hole mal schnell was zu essen. Wer macht das? Ich hole mal schnell das Fahrrad. Soll ich dein Brot bis ein bisschen Äpfel mitnehmen? Ja, mach. Okay. Ich bin wieder da. Da können wir ein richtiges Festessen machen. Und Sie haben nach. Oh, ich bin mitem Michelin. Ich hole mal Ella. been Medicare. Untertitelung des ZDF, 2020